Guten Tag, werte Gäste der Maison Manga, ich grüße euch und heiße euch wieder einmal herzlich willkommen zu einer weiteren One-Shot-Review in der aktuellen Themenwoche der Gourmet Week, in der sich alles um das Thema NOM dreht. Heute sprechen wir über einen One-Shot-Manga vom deutschen, deutsch-japanischen Verlag besser gesagt, Mahoroba Verlag. Ich weiß nicht wie lange der Verlag schon existiert, aber ich wurde neulich darauf aufmerksam gemacht und es gibt so diese Momente im Leben, wo man einfach denkt so, der Manga wurde jetzt für mich gemacht. Das kann einfach nicht sein, dass das Zufall ist. Da hat irgendjemand gesagt, hey guck mal, der René macht jetzt eine Themenwoche um das Thema Gourmet, also Essen. Da macht es nur absolut Sinn, wenn wir jetzt im Juli einen Manga lizenzieren und rausbringen, veröffentlichen, der komplett das Thema Essen hat. Und neben Shokugeki no Soma, was irgendwie ein No-Brainer war, dass der die letzten Jahre rauskam, hatten wir eigentlich nichts in dieser Thematik lizenziert. Und ausgerechnet im Juli 2020, wo ich Vorbereitungen mache für das Thema Gourmet Week, wird dieser Manga quasi im deutschen Bereich lizenziert. Und man denkt einfach nur, what the fuck? Okay, aber fernab davon ist auch gerade, und Sojasauce, eine Japanerin kocht in der bayerischen Provinz. Ein Manga, der im Grunde genau das ist, wonach er sich anhört. Wir haben die Manga Kaiuki Shirono, die eine, wie der Name schon sagt, eine Japanerin ist, die einen deutschen Ehemann hat und beide zusammen in Bayern leben. Ursprünglich lebte sie jahrelang in Nara. Das ist dieser Ort, wo es diese lustigen Hirsche gibt und diese riesige Buddha-Statue in diesem Tempel, wo ich auch Urlaub gemacht hatte. Schönes, schönes Städtchen, Örtchen, wie auch immer. Und irgendwann hat sie dann den Mann kennengelernt. Er war ein deutscher Student und konnte so vereinzelt irgendwie was sagen und was schreiben. Und irgendwie haben sie sich kennengelernt, haben sich wohl höchstwahrscheinlich ineinander verliebt, gehe ich mal von aus. Denn die Liebe muss stark gewesen sein, denn sie hat sich dafür entschlossen, ihm zu folgen. Und zwar nach Hamburg, wo sie dann eine Zeit lang gelebt haben, bis er einen Wechsel hatte, was den Beruf angeht. Und dann eben sich dafür entschieden hat, nach Bayern deshalb zu ziehen. Und da lebt sie scheinbar heute noch und macht da aber fleißig Manga und irgendwelche Kurzgeschichten oder so. Habe ich das irgendwie verstanden? Also so Short-Gag-Manga und so weiter. Und ja, was ich interessant fand ist, ich meine, das ist eigentlich logisch, aber trotzdem interessant, dass es für sie keinen Unterschied macht, wo sie lebt per se als Mangaka. Denn sie hat da die Möglichkeit, auch in Deutschland die Manga zu zeichnen, die dann in Japan rauskommen, also für einen japanischen Verlag. Und das finde ich ganz interessant, weil das habe ich so, ehrlich gesagt, noch nie gehört. Fand ich ganz spannend, ehrlich gesagt. So, und bevor wir jetzt weiter auf den Manga eingehen, möchte ich natürlich, na, das ist ja klar, immer wenn ich einen Manga vorstelle, und in dem Fall ist es Sauerkraut und Sojasoßen, eine Japanerin kocht in der bayerischen Provinz. Deswegen möchte ich natürlich das Ganze auch einmal auf japanisch versuchen auszusprechen. Alle Japaner und die, die es können, bitte mal kurz die Ohren zuhalten. Ich versuche mich trotzdem zu bemühen. Der Manga wurde in Japan im März 2019 released und hörte dort auf den Namen Das ist, ich glaube, das Beste, was aus mir rauskommt, was das angeht. Und dieser Manga macht im Grunde eines, wir haben Chibi-Figuren, also sie und ihr Mann in Chibi-Figuren und einfach ihre Erlebnisse, die sie in Deutschland haben, bezüglich der Thematik Hybrid-Essen. Was heißt Hybrid-Essen? Es geht in erster Linie darum, sie als Japanerin lernt die deutsche Küche kennen und sagt, oh mein Gott, das ist so gut und das Bier ist so lecker in Bayern und so weiter. Und ihr habt Brot und so viel Brote, Brotsorten und so viel, was man draufschmieren kann. Bei uns gibt es halt maximal oder oftmals nur Reis als Beilage und das war's. Und ihr habt so viel und so weiter. Aber natürlich ist es so, wenn man jahrelang eben halt in Japan gelebt hat und dann auf einmal auf eine neue Kultur stößt und dann dort eben halt ist, kommen damit auch Probleme auf sich. Zum Beispiel die Sehnsucht nach einem Gericht, was man normalerweise sonst immer gegessen hat, zum Beispiel als Kind oder Jugendliche oder was auch immer. Und diese Sehnsucht ist schwierig zu befriedigen in Deutschland, denn jeder, der schon mal, so wie ich auch, versucht hat, das ist das einzige Mal, wo ich wirklich aktiv, wirklich Lust hatte, etwas zu kochen, denn ich bin absoluter, ja, ich bin nicht talentiert im Kochen. Ich habe keine Lust, stundenlang ein Essen zuzubereiten und das dann innerhalb von fünf Minuten zu essen. Ich sehe da die Faszination nicht ganz dahinter und vielleicht bin ich auch manchmal, was das angeht, ein faules Stück Scheiße. Aber fernab davon finde ich das natürlich trotzdem interessant und ich mag die Idee dahinter, wie sie einfach sagt, okay, wir haben halt nun mal Probleme in Deutschland. Entweder sind die Japan, also es gibt ja diese asiatischen Bereiche in den Supermärkten, aber meistens, wenn es Richtung Japanisch geht, eher mau. Und wenn es die dann gibt, dann natürlich auch dementsprechend teurer als so manch anderes Produkt, unnötig teurer gefühlt auch oft. Aber es wird halt auch nicht so wahnsinnig gekauft einfach. Das ist der Punkt. Asiashops gibt es hier und da, aber auch nicht überall und sind vergleichsweise dann doch rar gesät, wenn man nicht gerade in einer großen Stadt lebt. Ich zum Beispiel als Dorfkind weiß, dass es relativ schwierig ist, irgendwo einen Asialaden ausfindig zu machen, um irgendwie so ein Rezept irgendwie zustande zu kriegen. Mittlerweile lässt man sich ein bisschen was liefern. Von so Online-Shops, die gibt es ja mittlerweile auch, ist trotzdem eine recht teure Sache, vor allem wenn man das versucht öfter zu machen, sage ich mal. Import wird völlig ausgeschlossen, weil da zahlst du einfach so viel Versandkosten für ein bisschen Essen. Das würde sich auch auf Dauer einfach nicht lohnen. Und zu dieser Realisation kommt Yuki eben und sagt sich dann, was ist, wenn ich japanisches Essen, wenn ich darauf Bock habe und das machen möchte, aber mir eben halt ein paar Zutaten eben halt immer fehlen. Wie wäre es, wenn ich dann versuche, einfach alternative Zutaten dazu zu finden, die irgendwie passen und zwar aus dem deutschen Bereich, also quasi ein Hybrid-Essen aus japanischem und deutschem Essen kreieren und irgendwie gucken und hoffen, dass es irgendwie klappt. Und das ist der Manga letzten Endes. Es geht darum, wie Yuki zusammen mit ihrem Ehemann irgendwie versuchen, rauszufinden, wenn ich das und das nicht habe und weglasse, was kann ich als Alternative nutzen hier im Supermarkt? Was kann ich da irgendwie kombinieren? Wie kriege ich irgendwie doch eine Art japanisches Essen zustande, aber mit den Mitteln, die es hier gibt? Und ich mag die Idee dahinter. Ich finde das absolut smart und ich finde es kreativ und spannend, was man so alles mixen kann in der Theorie. In der Praxis kann ich es natürlich nicht beurteilen, weil ich es noch nicht gemacht habe, aber wenn die sagen, es ist lecker oder zumindest lecker für Japaner, dann glaube ich da auch mal dran. Ich denke, der Manga wird vor allem Leuten gefallen, die sich für japanisches Essen interessieren, die selbst Japaner sind und hier in Deutschland leben oder beziehungsweise so wie jemand wie ich, der eine Themenwoche über Essen macht, obwohl er selber nicht gern kocht, falls ihr so jemand seid. Auch da ist es perfekt, perfekter Zeitpunkt, den Manga mal zu lesen. Ich habe den in der Videobeschreibung und unten in die Kommentare nochmal den Link reingemacht. Also falls euch das, was ich bisher gesagt habe, interessiert, dann könnt ihr den käuflich erwerben beim, Moment, der Name ist mir nicht so ganz geläufig, Mahoroba Verlag. Wie gesagt, ich werde den Link unten reinpacken und dann könnt ihr den kaufen und damit auch die Mangaka unterstützen. Und ein Punkt, den ich kritisieren muss, also erstmal ist es halt im Grunde Comedy, es ist aber auch mehr, ja, mehr Education, ja, mehr Erklären, wie funktioniert das, wie koche ich das, wie komme ich dahinter, wie kann ich die Rezepte austauschen, inklusive der Rezepte von diesen, von diesen 30 Werken sozusagen. Und das ist im Grunde der Manga. Man kann jetzt natürlich, also zum Humor kann ich wenig sagen, denn Humor ist immer so eine Sache, sehr subjektiv und auch nicht wirklich ein Kritikpunktwürdig. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich finde ihn für diese Verhältnisse in Ordnung. Punkt. So, mehr kann ich dazu auch prinzipiell nicht sagen. Ich denke aber auch, das war nicht das Hauptziel des Manga. Und dementsprechend sollte man da vielleicht, ja, ein bisschen Abstand von halten, von der Wertung, sage ich mal, weil der Hauptaspekt ist einfach nun mal diese Idee und die Rezepte und alles, was um das Thema Kochen geht eben. Und wer sich dafür interessiert, der wird da eine gute Zeit mit haben und ab und zu eben halt mal einen kleinen Schmunzler und vielleicht auch für den einen oder anderen Japaner auch so Momente, wo er denkt, so, ich kann das nachvollziehen. Ich fühle mich hier gerade sehr verbunden mit Yuki Shirono und ich denke, das ist der Hauptaspekt des Manga. Ein Kritikpunkt, den ich ansetzen wollte, aber dann realisiert habe, dass der unfair wäre gegenüber der Mangaka, ist folgender. Ich habe gedacht, wenn der Titel so heißt, wie er heißt, dass ich dann mehr Kulturclash beziehungsweise einfach so ein bisschen so einen Werdegang bekomme, so von wegen, oder Eindrücke bekomme von einer Japanerin, die eben dort eben bei uns lebt und irgendwie versucht, da klarzukommen mit den Gepflogenheiten, Gepflegtheiten. Also wir Deutsche können auch nicht immer unsere Sprache perfekt, wie man gerade sieht, Gepflogenheiten, ne? Also unsere Gesetze, Regeln und so weiter und so fort oder manche Sachen, die man einfach macht oder Rituale, Kultur und so weiter. Es ist halt immer was Neues, wenn man als in Anführungsstrichen Ausländer von irgendwoher in ein anderes Land kommt und dort lebt, dann anfängt zu leben und erstmal alles wahrnehmen muss und alles aufnehmen muss. Und den Punkt, den ich anbringen will, ist, ich hatte mir mehr davon erwartet und bekam es letzten Endes nicht, weil im Grunde geht es wirklich nur rein um das Herausfinden und Kochen von diesem Hybrid-Essen aus deutschem und japanischem Essen und im Grunde, in Anführungsstrichen, mehr nicht. Das reicht ja auch. Das ist der Sinn des Manga. Zwei Jahre davor, nee, ein Jahr davor, Entschuldigung, das ist gelogen, ein Jahr davor hat sie, nee, doch zwei Jahre, am 16. August kam im Japan der Manga Totsugeki Doitsugirashi raus und ist auch ein One-Shot-Manga mit 14 Kapiteln von ihr, wurde bisher noch nicht released, hat ein Synonym kurzerhand nach Deutschland. Hätte ich gerne auch gelesen, finde ich nämlich auch ganz witzig, weil da geht es genau darum, was ich eben halt meine. Und dann kann ich es der Manga auch nicht verübeln, wenn sie das quasi in einem Art Sequel-Band, wenn man es so sieht, nicht nochmal aufgreifen will, weil sie das ja schon in einem kompletten Band mit mehreren Kapiteln gemacht hat, so gesehen. Und ja, die Tatsache, dass wir das halt nicht lizenziert haben, dafür kann sie ja nichts. Also von daher dachte ich kurz, das wäre ein Kritikpunkt, musste ich aber gleich widerlegen, weil ist halt so, es gab es halt schon vorher, warum sehe ich ein, warum nochmal machen. Die Idee, dieses ganze Koch-Ding irgendwie so zu machen, vermute ich einfach mal, ich habe mir so ein bisschen im Internet recherchiert, ich kann halt kein Japanisch, deswegen wurde es ein bisschen schwierig, aber es ist eine Vermutung von mir, dass dieser Manga, Sauerkraut und Sojasauce, als Nebenprodukt entstanden ist, weil sie sich das Thema Kochen genommen hat, dort recherchiert hat, sich viel damit auseinandergesetzt hat, und da scheinbar irgendwie das ganze nebenher privat bei ihr irgendwie abgelaufen ist und sie gedacht hat, okay, da könnte ich eigentlich auch einen witzigen One-Shot draus machen. Und zwar hat sie 2016 angefangen und 2018 beendet, einen Manga in vier Bänden abgeschlossen namens Atari no Kitchen. Punkt. Ich kann nicht allzu viel dazu sagen, weil den gibt es nur auf Japanisch, der wurde noch nirgendwo lizenziert. Den fand ich ganz interessant, den habe ich auch schon öfter mal gesehen bei meiner Recherche, welchen Manga ich jetzt in der Gourmet Week angehen kann. Aber wie gesagt, den gibt es nur auf Japanisch. Ich kann kein Japanisch. The End. Mehr kann ich da leider nicht machen. Aber ich denke, daher rührt der Manga. Dadurch ist der so ein bisschen als Zusatzprodukt entstanden und sowas finde ich auch immer ganz interessant und menschlich. Und ja, ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit mit dem Manga. Wie gesagt, ich als Manga-Nerd sozusagen habe jetzt die Ultra-Fähigkeiten neben dem One-Piece-Kochbuch von Sanji jetzt auch noch einen weiteren Manga in die Küche zu stellen. Und jetzt kann ich so, jetzt kann ich vor allem, das eine ist kein Manga. Hier kann ich behaupten, jetzt habe ich selbst einen Manga in der Küche. Ja, und das ist, das ist was, wo nicht jeder von sich behaupten kann. Also, und falls ihr auch einen Manga in der Küche haben wollt, wie gesagt, unten in der Beschreibung könnt ihr das kaufen. Ich bin nicht gesponsert, kein gar nichts. Ich habe mir den Manga gekauft, weil er mir empfohlen wurde, beziehungsweise nicht empfohlen, sondern ich wurde einfach nur darauf aufmerksam gemacht von einem Kumpel und dachte mir so, weil ich dem irgendwie erzählt habe, dass ich eine Gourmet Week mache und der kennt sich nur mit Manga aus. Der hat aber eine Tante, die sich so irgendwie für japanisches Essen interessiert und die kannte diesen Verlag und hat das halt mal scheinbar irgendwie angedeutet. Er hat das mitgekriegt und hat es mir weitergegeben. Nice Sache dafür auf jeden Fall. Danke dafür nochmal. Und ja, wie gesagt, ich habe es nicht bereut. Ist ein schöner Band. Da kam in der ersten Auflage sogar noch ein schönes Postkarten-Ding daraus, wo ich jetzt nicht ganz weiß, wer die junge Dame mit den Haaren auf dem Cover ist, weil ich bin, also so wie Yuki Shirono sich bei Sauerkraut und Sojasauce darstellt mit kurzen Haaren und sehr, ich musste ein bisschen, also von dem Artstyle her, musste ich ein bisschen an Chibimairo-Ko-Chan denken, bloß als in erwachsener Form. So ungefähr wird sie da dargestellt und wer die junge Dame da auf der Postkarte ist, also jeder, der den Manga in der Erstauflage hat, keine Ahnung, kann mir da vielleicht helfen und mir sagen, wer die junge Dame ist. Ich kenne nicht wirklich, wie gesagt, viele Manga von ihr und von daher habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wer das ist. Genau, ich denke, damit war es das auch. Ja, Fazit ist auf jeden Fall, es ist kreativer, als ich es gedacht hätte. Ich dachte, ich dachte, dass es halt so ein ganz netter Comedy-Manga wird und was es für mich dann tatsächlich in erster Linie eher geworden ist, ist ein wunderbarer, fantastischer, kreativer, neuartiger Manga, den es so noch vorher nicht gab, meiner Ansicht nach und der definitiv ein Kuriosum darstellt in der Sammlung, aber auch etwas ganz Besonderes und genau und deswegen bin ich sehr zufrieden. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, mal ganz unabhängig von den Zeichnungen, die ja wirklich für das, was sie sein sollen, wirklich ja gut sind und also gerade für den Comedy-Humor, also für den Humor und so weiter passen die Zeichnungen ja perfekt. Was mir aufgefallen ist, wenn ihr mal das Cover anschaut, auf dem Cover sind Bratwürste, weiße und ja, dunklere Bratwürste dargestellt auf dem Teller und diese Bratwürste, die haben mich unfassbar erinnert an diese Reissnacks, die man die man so in so kleinen Verpackungen kriegt. Es gibt so einen Snack, der sieht, also ein japanischer Snack, der sieht genau so aus. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob einfach nur die ich weiß es nicht, es hat mich auf jeden Fall daran erinnert. Das ist jetzt, es bringt wahrscheinlich den meisten jetzt nichts, aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben. So, ich denke, damit war es das mit Sauerkraut und Sojasauce. Die Japanerinnen kochen weiterhin in der bayerischen Provinz. Ob der René in Zukunft dadurch mehr kochen wird, wird sich zeigen. Auf jeden Fall hatte ich eine gute Zeit mit dem Manga und ja, kann ihm auf jeden Fall empfehlen. So viel, wer sich vor allem halt für Kochen interessiert. Dazu müsste man, glaube ich, schon ein bisschen Interesse zeigen. So, jetzt aber genug geredet. Ich bin soweit fertig. Wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Maison Manga in der Themenwoche Gourmet Week und sage wieder einmal Tau. Bye, bye und danke fürs Zuhören. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017